ja hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video und zwar berufe ich mich hier hierzu auf den aufruf vom modellbau handwerker erstmal vielen dank dafür für das erwähnen und für das erklären meines kanals und ich möchte natürlich dem ruf folgen und auch jemanden in dementsprechend jahr zu nominieren ich zeige ich eben noch bei ihm das besagte video da haben wir es hier modellbau kanäle stellen sich gegenseitig vor nach der modellbau handwerker hat sie erklärt auch schon eine solide anzahl an aufrufen ich habe es kommentiert andere haben es kommentiert und ja ich möchte jetzt auch jemanden gleich nominieren und 8 nominieren nehmen wir das so nominieren nein ich möchte jemand vorstellen und zwar wird mein kanal den ich vorstellen werde wird er dann 2005 sein dort haben wir ihn hier das ist der kanal mit dem ritter im bildschirm und ich muss sagen der dann hält er baut super sachen und ich habe natürlich auch schon persönlich kennengelernt wir haben uns auf ausstellung getroffen das war auch spitze und ich sehe er hat hier 219 abonnenten und das ist meiner meinung nach viel viel zu wenig bei der klasse arbeit die er macht und zwar wenn wir hier reingucken was er hier schon hochgeladen hatte relativ viel hier auch den body bild stehen wir jetzt zusammen über die mustang machen beim group big game hat er damit gemacht und das schöne ist immer es ist nicht nur reiner modellbau bei ihm bekommt ihr auch so ein bisschen immer noch geschichtsunterricht dazu oder ein bisschen militär technik erklärt also das ist schon schon eine tolle sache also ich persönlich finde es interessant immer zuzuhören wenn er da über waffengattung und munitionsarten und panzerfahrzeuge erzählt warum es funktioniert hat und warum etwas nicht funktioniert und im großen und ganzen doch schon ein sympathischer kehr ich werde jetzt hier nicht darauf eingehen wie seine playlists gestaltet sind er hat videos die ich mag und guckt selber drauf also den daniel 2005 habe ich in der video beschreibung natürlich verlinkt damit ihr den kanal findet und ja viel mehr gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen also es macht auf jeden fall spaß dieses format jetzt aufzunehmen also noch mal danke einem modellbau handwerker dass er sowas ins leben gerufen hat und ich hoffe diese kette geht noch viel 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 weiter und wir haben ordentlich videos zu gucken und jetzt liegt es an dem guten daniel aber das weitermacht oder ob die kette bei ihm endet wir wenig auf jeden fall erwähnen und ja schaut seine videos abonniert ihn vergesst auch bei ihm die glocke nicht damit ihr immer schön neue modeller videos mit militär technik bekommt und in diesem sinne wünsche ich euch weiterhin viel spaß beim modellbau und